Willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute geht es um Materials, also dem Material und der Farbe. Damit wir unserem Würfel ein Material geben könnten, müssen wir uns erstmal darüber klar werden, was ist ein Material eigentlich. Stellt euch die Farbe von einem Auto vor. Die ist nicht einfach nur rot, sondern hat einen Glanz. Dann hat das Auto vielleicht noch ein Metallic-Lack. Also reflektiert diese Farbe anders als eine normale glatte Farbe ohne Metallic-Wert. In Blender haben wir Materialien, die sind mit mehreren Eigenschaften belegt. Das Ganze, diese ganzen Eigenschaften, also die Metallic-Werte, die Glanzwerte, also die Rauheit von dieser Oberfläche, also wie fein ist dieser Klarlack zum Beispiel, und die Grundfarbe und noch einiges mehr sind alle in einem Shader. Wo das im Blende ist, zeige ich euch. Dazu müsst ihr rechts unten auf euer Material Properties Panel gehen. Wenn wir diesem Würfel jetzt ein Material geben möchten, dann sollten wir einmal sicherstellen, dass hier Use Nodes in blau eingefärbt ist, also aktiv ist. Use Nodes wird später noch erklärt in unserem Shading Tutorial. Da gehen wir auch darauf ein, was ist ein Node und was ist vor allem der Node Editor. Den findet ihr, wenn ihr in den Shading Tab hier oben geht. Dann ist das hier euer Node Editor. Ich möchte euch das nur zeigen, damit ihr diesen Kollegen kennenlernt. Das ist euer Shader. Es ist einer von verschiedenen diesen Blender gibt und der Standardmäßige, der Principled BSDF Shader. In ihm finden sich verschiedene Werte, wie zum Beispiel der Metallic Wert von eurem Autolack, die Roughness, das ist wie grobkörnig ist diese Oberfläche von diesem Klarlack, wie viel Licht wird reflektiert oder wie viel Licht kommt durch bis auf die unterliegende Farbschicht. Und bei einem Mattlack zum Beispiel, bei einem matten Klarlack, kann man ja dennoch die Farbe darunter sehen. Also es deckt ja nicht, aber es trübt die ganze Sicht wie ein Milchglas und das macht die Roughness. Dann haben wir noch die Base Color und die findet ihr etwas weiter oben. Das hier ist die Base Color. Wir müssen natürlich nicht in den Shading Tab, um diese ganzen Einstellungen zu treffen. Wir können ganz normal im Objektmodus in unseren Material Preview Tab und dort in den Material Slot. Das hier ist unser Base Material. Das ist ein Material, das von vornherein bei dem Standardwürfel bereits enthalten ist. Es hat die Farbe Grau und ist sehr langweilig. Wir können diese Farbe mit einem Klick auf Base Color verändern. Wir kriegen ein typisches Farbrad und können nun die Farbe ändern. Es hat sich aber nichts getan. Das liegt daran, dass unser 3D Viewport, in dem wir uns befinden, das ist unser 3D Viewport, ja, hier, dieses gesamte Feld, aktuell im Solid Shading ist. Das bedeutet, er zeigt dir keine Farben an. Also wenn ein Material auf einem Objekt liegt, dann wird es dennoch nicht dargestellt, damit man beim Modellieren nicht durch die Farben eben abgelenkt wird zum Beispiel. Es wird einfach nicht dargestellt. Wenn wir das möchten, müssen wir hier rechts oben von der Solid View, das ist die weiße Kugel, auf die Kugel mit dem Material-Symbol gehen. Das ist das gleiche Symbol, das ihr hier unten bei dem Material Properties habt. Und hier wird euer Material dann auch angezeigt. Aktuell haben wir einen leicht reflektierenden, also einen leicht schimmernden Würfel mit unserer Grundfarbe, die wir hier als Base Color definiert haben. Wenn wir jetzt diese zwei Werte, die ich vorher erwähnt habe, verändern, wie zum Beispiel die Roughness, wir können einfach in das Feld reinklicken und ziehen. Dann sehen wir, dass sich hier, sobald wir an die Richtung Null kommen mit der Roughness, eine starke Reflektion haben. Dass ihr hier im Hintergrund einen Baum seht, ist übrigens kein Zufall. Das liegt daran, dass Blender standardmäßig eine Umgebung hat. Sie ist zwar jetzt nicht sichtbar, aber es ist ein Bild Outdoor geschossen. Also es ist irgendwo draußen. Hier sieht man vielleicht noch ein bisschen einen Zaun im Hintergrund. Genau, hier ist der Zaun. Das ist einfach die Umgebung, damit wir irgendetwas reflektieren können. Und jetzt haben wir also unseren Klarlack und darunter unsere Grundfarbe in Rot. Wir können jetzt auch noch an dem dritten Wert, den ich erwähnt habe, schrauben, nämlich den Metallic-Wert. Wenn wir den jetzt erhöhen, dann hat das Ganze eine tiefere Eigenfarbe und sieht jetzt schon eher nach einem Autolack aus. Das funktioniert nur, solange wir in der Material Preview sind oder in Render View. Der Render View unterscheidet sich. Der Render View benötigt eine Lichtquelle. Ohne Lichtquelle sehen wir keine Reflektionen. Das liegt daran, dass im Material Preview eine Gesamtlichtquelle benutzt wird. Das heißt, die ganze Szene wird gleichmäßig ausgeleuchtet. Es gibt keinen Schatten. Es ist einfach nur, damit man das Material gut sieht. Im Render View ist das anders. Er nimmt eine Lichtquelle und strahlt dann Lichtstrahlen ab auf unser Objekt. Und durch die wird auch berechnet, wo sich dann der Schatten befinden muss auf einem Untergrund. Das Ganze mit dem Render View wird ein eigenes Tutorial und dort beschäftigen wir uns mit Licht und Schatten. Das ist übrigens das Tutorial, das direkt nach dem hier folgt. Aktuell beschäftigen wir uns aber nur mit den Materialien, damit wir überhaupt was haben, was wir später rendern können. Unser Material ist aktuell auf dem Würfel angewendet. Wenn wir jetzt einen zweiten Würfel anlegen, mit Shift-A, Cube, und den in der Y-Achse zur Seite ziehen, hat er aktuell kein Material. Beziehungsweise falsch. Er hat nicht kein Material, sondern wenn wir hier drauf gehen, hat er im Grunde immer noch sein Base Material, denn irgendein Material sollte er ja haben, denn der erste hatte auch eins richtig. Schauen wir doch mal im Outliner. Nein, hat er nicht. Das liegt daran, dass euer erster Würfel ein Material abbekommt und alle Objekte, die ihr danach erstellt, haben kein Material. Auch wenn ihr eure erste Kugel anlegt, mit Mesh, CubeSphere, und wir die 1 nach oben setzen, dann hat die ebenfalls kein Material. Wenn es ein Material hat, dann seht ihr das hier an diesem roten Symbol, wenn ihr auf den Cube klickt, also unter dem Mesh, haben wir das Material. Wir gehen wieder in unseren Material View und schauen uns mal an, was hier eigentlich passiert ist. Der große Unterschied ist, dass wir hier ein Material haben, das wir auch umbenennen können, zum Beispiel in Rot Metallic. Und hier fehlt uns das. Wir haben hier eine Auswahl und hier erscheint Rot Metallic, denn wenn wir hier drauf gehen, zeigt er uns alle Materialien an, die aktuell in der Szene verwendet werden, egal ob unser Objekt nun Zugriff darauf hat oder nicht, also ob es gerade darauf angewendet ist oder nicht. Das sind die aktuell existenten Materialien. Wenn wir eben auch ein Material geben möchten, können wir Rot Metallic auswählen. Jetzt hat sich etwas ganz Entscheidendes verändert. Wir sehen hier eine 2. Diese 2 bedeutet, dass das Material Rot Metallic aktuell von zwei Objekten benutzt wird. Wenn wir den Outliner etwas größer machen, dann sehen wir auch, dass nun Rot Metallic unter Cube 001 und Cube liegt. Diese beiden Materialien sind aber nicht eigenständig, sondern immer noch das gleiche Material. Wenn wir es also löschen, verschwindet es von beiden Würfeln. Und wenn wir unserer Kugel ein neues Material geben möchten, müssen wir ein neues erstellen über den New Button oder über das Plus hier oben. Wir wählen New und haben wieder ein Material, wie wir es vom Cube kennen, mit einer langweiligen Farbe, aber ebenfalls mit dem Principled PSDF Shader. Wenn wir hier eine andere Farbe angeben möchten, können wir das tun. Wir benennen das Material entweder hier um oder hier oder unter unseres 4 in dem Bereich. Wir sehen, dass sich diese Materialien miteinander austauschen lassen, dass wir neue erstellen und dass wir angezeigt bekommen, wenn zwei Objekte diese Farbe nutzen. Was passiert mit grün Metallic oder mit grün Matt, wenn ich ihm eine neue Farbe geben möchte? Ich möchte ihm jetzt eine neue Farbe geben, lösche die alte aber nicht. Ich gehe nochmal aufs Plus und habe jetzt einen neuen Slot. Ich habe zweimal drauf geklickt. Eigentlich brauchen wir nur einen. Wenn wir hier einen neuen Slot haben, bedeutet das, dass wir einem Objekt zwei Materialien zuweisen können. Das ist möglich und oft auch sinnvoll. Wenn wir mal im Shading Tutorial sind, dann kann ich auch zeigen, wie sich diese zwei gleichzeitig verwenden lassen. Aktuell begnügen wir uns damit, dass wir ein neues anlegen können und zwar in einem neuen Slot. Das heißt, dieses Material existiert noch nicht, aber es hat bereits einen Slot. Wenn wir ihm etwas geben möchten, drücken wir auf Neu, dann haben wir hier einen Namen und sagen zum Beispiel Blau Glanz. Wenn wir unseren Blau Glanz etwas einfärben, Specular vielleicht etwas, ah, nicht den Specular, den Roughness etwas hochsetzen. Dann ist die Frage, wie kann ich das aktivieren, dass das hier unsere Kugel blau wird? Da gibt es verschiedene Methoden. Entweder wir nehmen unser Blau und sagen, dass grün matt entfernt wird, dann verschwindet dieser Slot und Blau Glanz ist wieder verfügbar und wird auch aktuell angezeigt. Jetzt haben wir nur ein Thema und das sehen wir, wenn wir hier unten auf unser Panel klicken. Grün matt ist immer noch da und hat eine Null davor. Diese Null bedeutet, kein Objekt verwendet grün matt und wenn wir unsere Sessions speichern und neu starten, wird grün matt verschwinden. Das liegt daran, dass es kein Objekt gibt, das diese Farbe aktuell verwendet. Wenn wir es schützen wollen, dann nehmen wir grün matt und klicken auf das Schild. Dann erstellt es ein Fake User, also ein Fake Objekt, das diese Farbe verwendet. Und somit ist es geschützt und wird nicht verschwinden, auch wenn wir es nicht in Benutzung haben. Wir können dennoch wieder auf Blau drücken, dann hat Blau seine Null gerade eben verloren und grün hat ein F. Das F steht für Fake User. Fake User bedeutet nichts anderes, als dass er ein Objekt, das nicht existiert, verwendet, also ein Fake Objekt, um diese Farbe anzuwenden. Somit ist die Farbe geschützt und kann später wiederverwendet werden. Sobald wir F grün wieder anwenden auf ein Objekt und den Schild entfernen, dann haben wir hier wieder eine ganz normale Verteilung zwischen Blau, Grün und Rot. Worauf ich noch hinweisen möchte, ist, dass ihr unbedingt ausprobieren solltet, was die anderen Regler machen. Und zwar hier unten im BSDF Shader gibt es einige Objekte, die keine Änderungen für euch augenscheinlich haben, wenn ihr sie verändert. Und manche haben ein paar wunderschöne Effekte. Probiert bitte damit rum. Erstellt euch ein paar Standardobjekte. Vielleicht auch Susanne, weil bei ihr einfach die Farben besonders gut rauskommen. Und ein kleiner Tipp dazu, damit es für euch noch etwas hübscher wird. Ihr könnt ein Objekt auch glätten. Damit sieht es etwas besser aus. Dieses Glätten ist eine der wenigen Dinge, die auch mit exportiert werden, obwohl sie die Geometrie nicht verändern. Das ist nämlich das Smooth Shading. Wenn ihr Rechtsklick auf ein Objekt macht und Shade Smooth anklickt, dann wird er es so gut er kann glätten und die Geometrie somit bereinigen. Dabei, wenn ihr zurück in den Edit-Modus geht, aber überhaupt keine eurer Kanten irgendwie verändern. Es ist einfach nur eine Darstellungsart, die aber auch in OBJ und FBX Dateien mit exportiert wird. Viel Spaß beim Rumprobieren und wir sehen uns im nächsten Tutorial mit Licht und Schatten. Und da schauen wir uns an, was ist eigentlich Rendering und warum können wir diese Lichtquellen, die wir die ganze Zeit weglöschen, nicht endlich mal verwenden. Das ist Untertitelung des ZDF, 2020